Das ist ja super strange. Ding, 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 ding. Jo. Moin. Ach ja. Sieh mal eine an, wen haben wir denn hier? Oh ja. Oh ja. Da hinten. Fuck. Äh? Jetzt haben wir an. Alter. Ach komm, wir kriegen 5 HP Abzug, weil wir da runterspringen. Ach komm, bitte. Da ist das lächerlich. Oh, da ist dann aber schon noch ein paar, ne? Heilige Maria. Es sind schon 2, 3. Aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Down. Sehr gut. Hier links. Wow. Die halten zum Glück nicht allzu viel aus, die Herrschaften. So, jetzt müsste der hier oben noch stehen, ne? Ach nee, der ist weg. Okay. Nicer Shot. Ach, das wäre der, den wir oben gekillt haben. Alles klar. Ja. Aber. Man muss nachladen, warte. Down. Okay. Das hat von denen bisher keiner getroffen. Den einzigsten Schaden, den wir erlitten haben, war wir selbst, als wir vom Berg gefallen sind. Hier steht aber nur irgendwo einer. Okay, fuck. Die kleine Miserd hat auch eine. Geh mal von einer anderen Richtung dran. Das hat so wenig Sinn, glaube ich. Schönen Abstand nehmen. Und nieder mit dir, du Pisser. Sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, ob hier noch... Ach du Scheiße. Ob hier noch irgendwo einer rumgammelt. Nimm den Lift nach oben in den Tower. Oh Gott, ich habe Angst. Okay. Dann mal hoch da. Na, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich weiß es nicht. Oh Gott, ist das hoch. Ach du Scheiße. Oh Gott. Ich weiß ja nicht, was es ist. Aber er scheint, dass er sehr gut ist. So es muss sein, was es wäre. Was? Hey, mach es schnell, amigo. Du! Du! Ich hab dich, ausgerissen in den Garten. Hey, nicht schreit, amigo. No, no, no problem. Wir alle Freunde? Wir alle Freunde? Hier, mach das so. Wir haben keine Wahl, Baby. Wir haben immer eine Wahl, du dumt. Ich habe keine Yakuza gesehen. Ich habe keine Yakuza gesehen. Ich habe keine Yakuza gesehen. Du, komm später. Ich bin sicher, dass ich deine Services benötige. Bitte, amigo. Ah, nicht mich hier mit ihr. Sie ist psychisch. Bitte, amigo. Hey, amigo. Amigo. Naja, vielleicht ist die ja gar nicht so schlimm. Bring das Päckchen zu Donald Love. Okay, die mögen mich hier? Okay. Darf ich mir das Auto mal klauen? Ich geh auch mit dem Auto gut um. Keine Angst. Die kennen mich wohl zu schlecht, wa? Okay, wir müssen zu Donald Love. Natürlich müssen wir wieder zu Donald Love. Zu wem auch sonst? Wenn wir irgendwas irgendwo hinbringen müssen, dann zu Donald. Donald Love. Aber nicht froh, wenn die Mission mit dem rum sind, ne? Das wird alles eine richtige Cancer Mission. Ich meine, die Mission an sich waren cool. Aber sie waren halt auch sehr nervig. Also wirklich sehr nervig. Also auf so einer Skala von 1 bis 10. 11. So. Donald Love. Ich bin hier. Nice. 50k. Oh nein, das geht immer noch weiter mit dem sein Mission. Ne, das ist doch nie wahr. Aber 50k war eben, ne? Da kann man halt nicht meckern. So, wir fahren kurz speichern. Und dann können wir ja mal bei dem R vorbei gucken. Und dann wollen wir mal schauen, was der vor uns im Paddo hat. Jetzt haben wir wenigstens mal ein paar neue Missionen. Nicht immer das gleiche. Wir müssen hier lang. Kann das? Ja. Auf der linken Seite war unser Haus. Genau. Alter Schwede, ey. So. Guten Tag, guten Tag. So. Mal eben gespeichert. Damit wir das einfach schon mal safe haben. Und ich weiß, einige werden wahrscheinlich in die Kommentare geschrieben haben, Ja, Tobi, wenn du 50 Päckchen sammelst, dann hast du dauerhaft Energy vor deiner Haustür liegen. Aber... Ganz ehrlich, das will sich keiner angucken, wie ich irgendwelche Karten angucke. Und 50 von diesen Päckchen sammeln. Das will sich keiner angucken. Aber es ist ja gut zu wissen, da fahren wir jetzt auch gleich nochmal hin. Dass wir quasi in unmittelbarer Nachbarschaft die Elf liegen haben. Also das müsste eigentlich hier rum... Ne. Oder? Ist das richtig? Ne, das ist falsch. Das war auf der Seite, wo wir waren. Das war schon richtig. Fuck. Ne, war es gar nicht. Das war hier. Nice. Ja, beruhig dich. Spacken, Alter. Hey, hey, hey. Vorsicht. Vorsicht, hier fahre ich. So. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen. Was will der eigentlich schon wieder? Im Fadenkreuz. Okay, wieder so ne Zeitgeschichte. Drei Minuten. Alles klar. Komm mal ran. Ja, wie sieht's aus? Digi, wo bist du? Hä? Hä? Sag mal. Hä? Wo ist denn der jetzt? Ich fahr jetzt einfach mal, ne? Willst du mich verarschen? Wo ist die dumme Sau? Hä? Der ist irgendwo runtergefallen. 左her. Ich fahr mal. Sag mal. Idiot, Alter. Meine Fretel, da kriegste doch schon wieder zu viel. Was? Weißt du, er steht erst oben, schon voll ready. Ich steige jetzt auch noch ein, er fällt irgendwo durch eine Wand oder was? Oh, was finde ich die? Oh. Richtiger Gurkensohn. Grüße gehen raus an den Gurkensohn. Gorkensohn. Grüße gehen raus an den Gorkensohn. So, wir wollen uns wieder helfen. Oh, meine Fresse, was finde ich? Ah. Originaler Nichtskönner. War das nicht hier? Nee. Oh, mein nicht. Nee, hier war das. Originaler Nichtskönner, der Typ. Ohne Scheiß. Was ist denn hier los, Freunde? So, ich bleib mal hier stehen. Ich glaube, hier kommen wir gleich raus. Meine Fresse. So. Let's do it. Hallo. Im Fadenkreuz. Yo. Moin. Auf geht's. Komm ran. Yo. Boah, ich liebe diesen Park. Er ist so schön. So, da hinten binkt die Bridge. Ich glaube, es müsste passen, wenn wir hier hochfahren, oder? Ja, genau. So ist es. Das ist mich jetzt eine Frage. So viele Boote und Schiffe fahren doch hier gar nicht. Dass der ständig, dass das hier ständig bimmelt. Boah, Alter, was? Wow, 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 wow. Krass. Was? 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 Hä? Willst du mich verarschen? Ich gucke mal gerade, wo das Krankenhaus ist, falls wir mal wieder Lebensenergie brauchen. Okay, es ist hier hinten beim... Alles klar. Hä? 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 Was? Ich bin... Ich bin geschockt und beeindruckt zugleich. What the fuck? Jetzt mal ganz ehrlich, was war das denn? Hat das Auto schon so viel Schaden gehabt? Das kann doch aber gar nicht. Wobei... Wir sind schon gut überall angeditscht, ne? Ich glaube, ich will das hier haben. Ja. Give me your car, man. Tschüss. Der Landstalker, das ist gut. Der Landstalker ist ein sehr gutes Auto. Das ist ein grandioses Kaufzeit. Der Landstalker. Hoffe ich. Aber was war das denn gerade? Er trifft mich drei-, viermal, weißt du, und sofort kaputt, ey. Unfassbar. Hallo. So. Ich bin, ne? Ein bisschen geschockt. So. Also, wir haben ja nochmal unser Glück. Ich hoffe jetzt aber mal, dass das Auto ein bisschen mehr aushält. Aber wirklich sicher bin ich mir da jetzt nicht. Halt's Maul. So. Let's go. Komm rein. Oh, du bist so dämlich, ne? Jo. Hä? Hallo? 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 Sag mal, willst du mich fahren können? Ach, okay, die Brücke wird von der CIA überwacht. Such dir eine andere Route. Das lese ich ja jetzt erst. Okay. Eine andere Route? Da brauche ich die Karte. Ich sehe das doch sonst nicht. Warte mal. Öffne mal kurz die Map. Machen wir die mal ganz kurz auf. GTA 3. Map. So. Ich komme hier sonst noch nicht. Ich weiß noch nicht. Also, ich habe doch keine Ahnung. Ey, wie würden wir denn da sonst hinkommen? Ah. Okay, da vorne ist ein... Okay, aber da werden wir doch niemals... Hä? Man muss doch über die Brücke fahren, oder? Verstehe ich nicht. Indem wir... Lass uns das mal gerade kurz abfahren, bitte. Ich muss das kurz... Ich muss das kurz sehen. Das ist sonst extrem scheiße gemacht. Hier ist unser Zuhause. Das heißt, wir müssten theoretisch gesehen hier links rausfahren. Wir fahren hier rechts. Äh, hier links. Dann fahren wir hier rechts am Telefon vorbei. So, dann fahren wir gerade aus. Dann kommen 1, 2 Abfahrten rechts rum. Das ist eine. Das ist die zweite da vorne. Freunde, lass mich mal durch hier, bitte. Danke. So, pass auf, folgendes. Dann sind wir hier. Jetzt müssen wir links. Und dann gibt es hier den Porter-Tunnel. Aber das Problem ist... Von hier aus kommst du diesen Porter-Tunnel nicht rein. Nee. Oder? Nee. Das ist keine Zufahrt zum Porter-Tunnel. Das ist... Der führt nämlich hier drunter lang. Ja? Aber hier kommt man nicht rein. Okay. Dann... Oh, das müssen wir in 3 Minuten schaffen, Alter. Das kannst du doch knicken. Jetzt möchte ich aber mal gerne hier rumfahren. Wir sind gerade am Stadion. Jetzt möchte ich gerne mal hier rumfahren. Oh, das ist mit einer Map echt um einiges. Leichter. So, pass auf. Geht es denn hier irgendwie in diesen komischen Tunnel? Hier ist nämlich Road to Enter. Aber hier ist keine Road to Enter. Hier kommt man nirgendwo rein. Nee. Das heißt, wir müssen... Zwangsläufig da rüberfahren. Ja, beruhigt euch doch jetzt mal. Oh, nö. Ey, ist das... Ist das die feine Englische hier jetzt, oder was? Ach, schau. Weil wir können definitiv diese Brücke nicht nutzen. Okay, pass auf. Ich lade gerade nochmal. Ähm, wo waren wir gewesen? Hier waren wir gewesen. Ähm, okay. Pass auf. Folgender Plan. Ob wir das in 3 Minuten schaffen, das wage ich sehr zu bezweifeln gerade. Aber wir probieren es natürlich. Boah. Das wird hart. Also da muss halt wirklich alles stimmen, aber wir probieren es. Mal schauen. Bruder, du bist über Rot gefahren. Das hast du aber schon gesehen, ne? Äh? Oh, dieses ätzende Quietschen im Ohr, weil diese scheiß Brücke runterfährt, ne? Vorsicht. So, wir nehmen uns gerade mal die Health Packs. Das Health Pack hier. Zack. So. Hör auf zu rupen. Mach mal nicht. Okay. Also. Folgendes. Erstmal die Mission. Moin. Das heißt, wir sind jetzt mitten im Park. Wir fahren jetzt. Wir fahren jetzt. Das ist es. Ich bin weit über meine Hände und ich beginne zu drüben hier. Die CIA... auf der rechten Seite raus, auf der gegenüberliegenden Seite raus. Bruder, steig rein. Gut. Wir fahren jetzt hier raus. Fahren dann... Gleich wieder rechts. Das ist diese hier. Richtig. Moin. Jetzt fahren wir erstmal geradeaus. Und gucken wir mal. Jetzt fahren wir hier durch unsere Koffer, durch die altbekannten Pakete hier. Wir kennen sie ja noch. So. Dann sind wir hier. Müssten jetzt gleich irgendwann... Das müsste der Tunnel sein hier, oder? Ja, Mann. Das ist der fucking Tunnel. Sehr schön. Und dieser Tunnel führt uns jetzt theoretisch gesehen bis zum Flughafen. Wir haben noch 1,40 ungefähr. Hier rein müssen wir nicht. Das ist falsch. Freunde, fahrt mal bitte. Digga. Ist das dein Ernst? Ey, komm, das Auto... Ne. Das Auto dampft schon wieder, ey. Yo.